Willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon Gelb und wir werden hier an der Stelle weitermachen, im Fels-Tunnel, richtig, und, ähm, ja, ich würde mal sagen, wir kämpfen am besten gegen den Typ und, oh, mein Glutex hat wieder ein KP verloren. Gift kann richtig böse sein. Stimmt's, lieber Wanderer. Wir setzen Kleinstein ein, dass Level 5, oh, 25 ist. Hopsala, da gehen die Level ganz schön schnell hoch, explodiere dich mal, Kleinstein. Wunderbar, so brauche ich noch nicht mal mit der Attacke treffen, denn Kleinsteinsattacke ging ins Weiße. Ups, oh. Tja, und ich würde mal sagen, Wanderer ist dadurch, äh, in die Luft geflogen. Hm, dabei sollte man doch nicht, äh, Sprengstoff benutzen, wo es gefährlich sein könnte, vor allen Dingen in felsigen Höhlen, wie zum Beispiel im Fels-Tunnel, wo wir gerade bei felsigen Höhlen sind. So, ein weiterer Mann, der da möchte kämpfen, der setzt aber ein Marsholo ein, das nur Level 20 ist, in Anführungszeichen. Äh, ja, wir machen mal einen Zerschneider. Der hat letztens nur die Hälfte abgezogen, soweit ich weiß. Macht aber jetzt einen Volltreffer. Fußkick, oh, das war die Aneration für etwas mehr Schaden. 9 KP, hat auch einiges abgezogen. Ein Onyx, das ist Level 20. Natürlich kramen wir uns wieder in den Boden. Der Kreideschrei schlug fehl, man hatte einfach unter dem Boden nichts gehört. Natürlich ist das sehr effektiv. Und die Träger erreicht Level 31. So, ich besiege den Wanderer. Du bist gut. Jo, das weiß ich auch. Dankeschön. So, äh, noch ein Wanderer. Meine Güte. Dieser Tunnel ist verdammt lang. Ach, nee. So, wieder ein kleiner Stein, nur Level 19. Gut. Dann kann ich leben, durchaus. Ich wäre natürlich froh, wenn sich alle Kleinsteins in die Luft jagen würden. Das wäre mir nämlich dann am liebsten. Würde ich enorm Zeit einsparen. Wieder mal, hallo. Greifen diesmal wieder mit Zerschneider an. Ja, der zieht die Hälfte der Kp ab, habe ich gut gesagt. So, Karadeschlag macht einen Volltreffer mit 12 Kp. So, mallo auch besiegt. Und weiter geht's mit einem kleinigen Kleinstein. Ach, Kleinsteinzegel mal wieder prompt daneben. Ja, Volltreffer. Wunderbar, wozu brauche ich den? So, auch das Kleinstein, Level 19. Werft seine Steine, zwar auf den Boden, aber das bringt nichts, denn ich bin im Boden. Deswegen, die Trier auch einen Bodenbau, Mann. Oha, du hast gewonnen. Nein, Glutex ist weiterhin vergiftet. Oh, ich sollte bedenken, dass ich nicht so viele Schutze noch übrig habe. Das fällt mir gerade ein. Das könnte durchaus problematisch werden. Hm. Ein Onyx kommt in den Kampf. So. Dictric gräbt sich in die Textbox ein. Und Onyx besiegt. Das nächste Onyx ist auch schon bereit. Wieder Level 20. Und die Attacke ist natürlich sehr effektiv. Onyx besiegt. 462 Erfahrungspunkte für Dictrian. Und ein Kleinstein, Level 20. Tacklet sich. Ja. Daneben. Noch das Kleinstein besiegt. Wunderbar. Hm, wo geht es nach draußen? Eine sehr gute Frage. Vor allen Dingen, wenn man die meinem Glutex so stellen müsste. Ein Möchtegern wie Du sollte etwas mehr Respekt zeigen. Gegen ein paar Pixel. Nein, danke. Wanderer möchte kämpfen. Das ist jetzt Kleinstein, Level 21. Und Dictric kommt in den Kampf schon. Meine Güte. Schaufler. Ja. Und tschüss. Auf. Nehmen wir wiedersehen. Und Dictric erreicht schon Level 32. Meine Güte. Das geht ganz schön schnell. Das erste Georock, wo wir sehen, dass Level 21 ist. Und ich glaube, der Schaufler wird nicht treffen. Oh, doch. Hätte gedacht, der jagt sich mal gleich in die Luft. Gut. Georock Spite hier finde ich absolut cool. Dann finde ich sogar den zweiten Gen-Sprite schlechter als Georock Spite hier. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ach Gott, nein. Also, Georock Spite gefällt mir hier besser. Ich habe nur noch einen Schutz. Das ist natürlich super optimal. Ich habe noch echt viel Weg vor mir. Ja, ja, ja. Um Gottes Willen. Warum gehe ich auch immer die falschen Wege? Warum gehe ich immer die falschen Wege? Ja, ich kann aber keine Zweige nehmen, um mir Wege zu markieren. Ein Pummel-Uf. Ja, Schaufler habe ich natürlich nicht. Da müssen wir halt auf Zerschneideröl gehen. Und die Verteidigung nimmt so. So, ein zerschnittenes Pummel-Uf haben wir hinterlassen. Taubsee wird eingesetzt. Greift auch prompt mit Sandwirbel an. Würde ich mal sagen, rufen wir mal zurück. Unerwartete Wendung. Sehr effektiv. Und tschüss. Taubsee durch meinen Pikachu besiegt. Pikachu. 21 Erfahrungspunkte. Mautsee. Das rösten wir wirklich mit Donnerblitz. Und das reicht auch. So, Pfadfinderin besiegt. Alle 24 Erfahrungspunkte. Also irgendwie habe ich das Gefühl, hier gibt es gar nichts in der Höhle zu entdecken. Hm. Gut, Diktry hat leider nicht mehr so viel AP. Ich muss Taubuga vornehmen. Auch wenn das hier in der Höhle natürlich nicht so gut ist. Wie gesagt, gegen Gesteinspummel tue ich mich leider noch schwer. Und Wanderer würde es mir jetzt richtig einheizen. Jetzt hat er nämlich Kleinstein. So, es kommen Probleme. Ich hoffe einfach, dass es Finale macht. Oh, gute Idee. Ach, Mist. Ich habe gedacht, ich könnte eventuell Wirbelwind einsetzen, um das Pummel zu wechseln. So. Oh Gott. Ich habe mich noch nie so über Finale gefreut. Hä? Kleinstein-Attacke ging daneben? Übelst Fail. Übelst. Das war ja mal cool. Das habe ich noch nie gesehen. Das Finale daneben geht. Ich habe noch nicht mal Sandwirtel eingesetzt. Ja, komm. Hier, Finale. Ich habe mich noch nie gesehen. Ich senke mal bemühtlich die Initiation. Ja, das wäre ein bisschen zu viel gewesen, des Guten. Shit. Shit, 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 shit. Oh, oh. Irgendwas AP heilen ist dabei. Hm, hm, hm. Denk nicht dran. Oh, oh. Das ist suboptimal. Das ist sehr suboptimal. Oh, der Steinwurf, der wird jetzt erst mal was abziehen. So, hm. Ich muss weiter mit Tabuga kämpfen. Und einfach drauf hoffen, dass Flügelschlag irgendwann einen Volltreffer macht. Danke. Komm, Blitz. Blitz. Ja! Wieder daneben. Wow, das war Skill. Zweimal Finale daneben. Oh. Jetzt kommt aber die harte Nuss. Alter, zweimal Finale daneben. Das habe ich jetzt bis jetzt noch gar nicht hinbekommen. Ja, und das ist sehr effektiv. Wunderbar. Na, ganz toll. Gut. Atacke ging daneben. Ich habe nicht viel Zeit. Gut, das jagt sich auch in die Luft. Aber das trifft. Und das überlebt Tabuga nicht. Siege zwar dem Wanderer, aber kein Pomon. Und mein Dings ist vergiftet. Oh, ich komme langsam wirklich in die Situation, wo ich fast denke, ich sollte den Fluchtseil verwenden. Aber da habe ich nur noch einen Schutz. Verdammt! Verdammt, da waren Träne. Nein. Nein. Nein, du blöder Pokémaniac. Warum musst du da stehen? Oh, gleich zurückrufen, ey. Pikachu. Alter, ich habe nur noch vier... Drei Pokémon. Meine Güte, ey. Gelb das Hardcore-Let's Play. Aber... Och, nee. Jetzt bin ich auch noch verwirrt. Komm, Pikachu. Du darfst mich nicht hängen lassen. Pikachu! Oh, nein. Jetzt ist das noch nicht mal... Oh, das gibt es nicht. Jawohl. Nicht mehr verwirrt. Wunderbar. Pikachu. Du hast es echt drauf. So eine zehn Erfahrungspunkte gibt es. So. Und jetzt gehe ich auf Nummer sicher. Donnerwitz. So. Und der ist effektiv. Da gibt es keine Frage. Das hält auch das Fleckmon nicht aus. Gut, der hat nur Fleckmon. Meine Güte, ich habe gerade gedacht, Schande. Was mache ich bloß? So, Pikachu erreicht zum Glück ein Level. Bin wirklich froh drüber. Ich komme richtig in Medrui hier. Ich habe nur den blöden Schaufler. Der bringt mir nichts. Ja gut, ich kann aus der Höhle raus. Aber... Ja, Klumtexo gibt auch so allmählich seinen Geist auf. Ein KP bleibt nicht übrig. Ja. Toll. Und da kommen noch zwei Trainer, soweit ich das in Erinnerung habe. Warum musst du mich sehen? Komm hier im Dunkeln bloß nicht zu nah. Du doofe Tussi. Es ist hell. Hast du etwa Angst, dass ich dir irgendwo hingreifen könnte? Oh. Nein. Spaß beiseite. So. Äh. Gnofensa. Hm. Slam. Wett ich bloß nicht sehr mein Gerät. Warum muss ich das mit Wickel angreifen? Ich glaub's nicht. Dreimal. Dreimal entwickeln. Hat keine Wirkung. Jetzt greife ich schnell mit einem Ruckzuck-Heep hinterher an. Das hat gereicht. Wunderbar. Pipi, das rösten wir. Ich röste nur noch jetzt, Bomben. Ich will so schnell wie möglich aus dieser Höhle raus. Oh, komm. Pikachu. Kannst du mich nicht hängen lassen. Zwei, drei. Oh, 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 oh. Wuh. Pipi besiegt Volltreffer und Tschüss, Pfadfinderin. Meine Güte, du machst mich ja hier richtig heiß, ja. Aber nicht in dem Sinne, wie ich es eigentlich haben will. So, äh, ach Gott. Sag mal, Hypertrank? Habe ich auch Supertrank irgendwo noch? Meine Güte. So, aber dringend heilen hier. Dringend. Wirklich dringend. So, das ist nur noch so eine, äh, Tussi. Beim, in Gottes Namen. Ich muss mal langsam an der Ende der Höhle kommen. Ich weiß nicht, wie viele Ebenen das noch sind. So, bei Taub, sie sollte auch ein Donnerschock reichen. Der Tunnel setzt mächtig zu. Ich gehe wirklich kein Risiko mehr ein. Also, nix mehr Donnerschock bei Radfratz, sondern wir werden hier mit Donnerblitz angreifen. Ich möchte wirklich 0% Risiko eingehen. So, Knofenza, da sollte Slam reichen. Und er reicht. An Offenza besiegt, 342 Erfahrungsmonte und Fahndfinderin besiegt. Du bist ein harter Brocken. Och, da ist ja noch eine Trainerin. Komm, das Ende dieses Tunnels muss doch da sein. Irgendwo. Hier auf dieser Welt. Ich habe kaum noch Pokémon. Meine Pokémon! Meine Güte, ey. Es wird richtig knapp. Ein Rappler? Der wird 20. Ja, jetzt kriege ich leider eine Paralyse ab. Das ist nicht so dolle. So, Absorber sollte 6. Je schneller Pikachu angreift, desto besser, wollte ich gerade sagen. So, und ein Taub, sie. Da können wir doch einen Donnerschock einsetzen. So, und irgendwo muss doch dieses Ende der Höhle sein. Alle meine Pokémon wurden besiegt. Ja, bei mir auch gleich. So, ich glaube... Oh, das ist das Ende. Das ist das Ende. Was ist da drin? Top-Ether? Ich brauche keinen Top-Ether. Blutexo wurde besiegt. Na, ganz toll. Auch das noch. Ich habe es gepackt. Ich bin Lavantia. Schwester Joy! Oh. Meine Güte, ich war noch nie so froh, dich zu sehen, mein Schatz. Heile meine Pokémon! Heile! Heile meine Pokémon! Heile sie! Ja! Ja! So, und schnell. Tschüss! Alter, so dankbar war ich Schwester Joy schon lange nicht mehr, ey! Oh Gott! Meine Güte! Und... Ich kriege Kopfschmerzen. Solche gewaltigen Kopfschmerzen. Ich muss... Das Video beenden. Also, wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat... Dann wird gleich was ganz Böses passieren mit dieser Musik. Okay. Übertreiben wir es denn nicht. Ich verabschiede mich recht herzlich mit meiner weißen Hand auf meiner Schulter und sage bis denn, servus und tschüss. Das Video beenden. Das Video beenden. Das Video beenden. Vielen Dank.